Die Kämpfe um ukrainische Kernkraftwerke und die Sorge um potenzielle russische Atomwaffeneinsätze haben in Europa die Angst vor einer nuklearen Katastrophe erneut zum Leben erweckt. Besonders in Ländern wie Rumänien, die an die Ukraine grenzen. Viele der Atomschutzbunker aus dem Kalten Krieg sind nicht mehr in Schuss. Prinzipiell ist es laut Gesetzgebung möglich, jeden Ort als Bunker zu nutzen, der Schutz bieten kann. Wenn eine Salzmine also diese Qualifikation erfüllt, können wir sie als Ort in Betracht ziehen, an dem wir uns während eines Notfalls verstecken können. In Rumänien befindet sich die riesige unterirdische Salzmine Salina Turda auf einer Liste möglicher Schutzunterkünfte. In der Theorie passen in die Salzmine natürlich viele Leute hinein. In der Praxis gibt es allerdings einige Probleme. Als allererstes bräuchte es Übungen für den Ernstfall, vor allem wenn sehr viele Leute wissen müssen, wie sie sich verhalten sollen, damit sie nicht wie kopflose Hühner panisch herumlaufen. Und solche Übungen gab es nie. Mit Blick auf die anhaltenden Auseinandersetzungen in der Ukraine könnten wohl bald weitere ehemalige Bunker auf ihrer Einsatzfähigkeit getestet werden.